Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, wir haben im Bad eine Deckenlampe mit dieser Fassung A7s und ewig gesucht, ob es da nicht auch etwas mit LED gibt, da die alten Birnen immer nur 8 bis 10 Monate gehalten haben. Nun sind wir auf die LED-Lampe hier gestoßen. Dieser ist nicht dämmbar, was für uns völlig nebensächlich ist, da wir die Lampen nur zu 100% dimmen, also ein- und ausschalten. Die Lampe passt genau wie die bisherigen in die Fassung, ich musste nur den Reflektor ein wenig zur Seite wiegen, da die bisherige Lampe schmaler war, macht aber nichts, da die neue Lampe kaum Hitze entwickelt. Das Licht ist sogar bedeutend heller als bei der alten Lampe. Ich bin sehr zufrieden damit und werde mir noch weitere auf Reserve kaufen. Unterstrich ich habe dieses Produkt im Rahmen einer ehrlichen Bewertung kostenfrei erhalten und wie man hier lesen kann wurde es ehrlich aus meiner Sicht bewertet. Ich unterscheide dabei nicht, ob ich für ein Produkt den vollen Preis bezahle oder es vergünstigt bzw. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.